Wir sind stolz, dass er, als wir ihn gerufen haben, durch die Verletzung von Markus Dahl gekommen ist, um bei der HSG Letzla anzuspielen. Ich bin sehr stolz, ihn kennengelernt zu haben und ich glaube, wir verlieren nicht nur einen tollen Torhüter, sondern auch einen hervorragenden Menschen. Und die HSG Letzla sagt Dankeschön für eine kurze Zeit nochmal, für eine sehr kurze Zeit. Jose Canos! Jose Canos! Jose Canos! Jose Canos! Ist das beispielsweise der richtige boilingتى Weg? Ja, sehr gut, ich bin sehr froh und schön. Und vielen Dank für jen-Fan und Publikum. Auf ein paar Tage hat sich jeder die investment, die Hände, euer Vater. So bin ich sehr froh. Ich bin sehr glücklich und danke dir immer für die ganze Zeit, ich bin der Fan von der Bundesliga-Fan. Ich denke, wir können auch Danke an dich sagen. Ja, aber es ist das gleiche Gefühl. Ich bin glücklich für alle. Im Endeffekt können wir hier bei Hause eine Verkäufe bekommen. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für mich. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Mange, José Omradus.